Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich stehe vor Ihnen als Bettler um Hilfe. Du hast vollkommen recht, Fette. Was wirkt irgendetwas gegen diese Wirklichkeit? Kann ich etwas für dich tun? Eine Kammer, die ich kann. Ein Tisch zum Schreiben. Wie kann man die Menschen, die Menschen, auf der Erde leben, auf unserer Erde leben? Der Bräse hat eine Antwort gefunden. Ich glaube an ein freies Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich zweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden.